Heyo Leute und herzlich willkommen zu Jump World. Ihr konntet letzten Freitag abstimmen, welcher Spielmodus dran ist. Ihr habt euch für Jump World entschieden und ich hab mir gedacht, gut, spielen wir die Jump and Run Map des Tages und das ist Star Wars Adventure. Und da bin ich jetzt mal mega gespannt, was das denn so... Ach man, jetzt ist der... So, dieser Strahl hat mich... Was ist da gerade los? So, jetzt ist alles in Ordnung. Ein bisschen Fail muss sein. Dann kommt der Spaß von ganz allein. Ach man, äh... Was ist das überhaupt? So, okay, kriegen wir alles ganz locker easy natürlich hin. Wups und wups. Ich darf mich nur nicht übernehmen und mir zu viel zutrauen. Ich bin ja Jump and Run, bin ich ja nicht... Wo geht's denn weiter hier? Alter, ist das cool hier so ein... So ein... Fuck man, wie heißen die? Ich weiß nicht... Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Wie die heißen? Ich weiß nicht... Oh, da geht's rein. Nice! Okay, jetzt sitzen wir hier im Cockpit. Was ich eigentlich... Ich wollte am Anfang eigentlich was sagen. Und zwar werde ich mich jetzt immer mit den Intros abwechseln. Viele haben gesagt... Jo, das neue Intro ist cool. Andere, jo, das Intro ist kacke. Das alte war besser. Aber es sind... Es kommt aufs gleiche drauf raus. Egal, was ich mache. Deswegen werde ich die Intros jetzt immer abwechseln. Oh, cool. Wo bin ich jetzt? Das ist ein X Fighter. Was das davor war, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich... Eben mit den Namen dieser... Ich sag mal... Ähm... Oder ist das ein X... Ihr wisst, was ich meine. Also Star Wars mäßig... Ich kenn mich mit Star Wars schon gut aus. Aber wie die... Fliegerdinger da heißen... Sorry. Wow! Bounce! Und, und, und... Ja, ich bin drauf gekommen. Oh, nice! Keine Jumpfails mehr. Cool. Okay. 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 Ja. Wir sind jetzt hier drin. Aber, Leute. Ich seh nicht, wo ich langfliege. Wie... Hä? Wie groß müssen die Menschen sein? Oder... Was? Hallo? Okay. Cool. Wo bin ich jetzt gelandet? Nice! Ist das... Das ist ein AT-AT, oder? Ich... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber, Leute. Hab ich recht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, es ist ein AT-AT. Und diese wurden auf dem Planet... Äh... Hot doch eingesetzt. Ne? Dieser Eisplanet. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also, ich kenn mich mit Star Wars eigentlich aus. Aber die Namen, die Namen dieser komischen Maschinen... Also, die sind nicht komisch. Die sind eigentlich voll cool. Aber ich muss sagen, ich schlag mich jetzt gerade momentan echt gut. Was die Jumps hier angeht. Ich hab nur drei Fails. Und, äh... Die davor, das war einfach nur Konzentrationsfehler, waren das. So. Ab in den AT-AT. Ach, cool. Und hier ist ein Stern. Warte mal. Okay. Mit einer Treppe da hinten komm ich hoch. Cool. Jetzt haben wir den ersten. Ich hoffe... Das war nicht der letzte. Oder ist die Map hier? Oh! Wups! Ich wusste gar nicht, dass es... Oh, nice! In dem AT-AT gibt's jetzt auch noch ein Jump and Run. Finde ich cool. So. Wips! Und wups! Und wups! So. So. Ach, Mensch! Ich muss sagen, ich schlag mich gerade echt gut, finde ich. Persönlich. Pounce. Ach, fuck. So geht das natürlich nicht. Okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es schwierig ist. um die Ecke zu jumpen. Boah. Bounce. Bounce. Nein. Vielleicht zweimal aufspringen eben. Bam. Pam. Nein! Ich muss hier das zweite Mal aufspringen. Bounce. Und Bounce. Oh, fuck. Verkackt. Nein. Ungefähr hier ziemlich in der... Ja! Geil! Oh! Nicht zweimal aufspringen. Das war falsch, was ich gesagt hab. So. Cool. Was haben wir jetzt hier? Ist er... Das ist der Millennium-Falge. Den kenn ich logischerweise, ne? Das war nice. Ich weiß auch, also... Das erste Gebilde, was wir gesehen haben. Das war natürlich von, äh... Vom Imperium. Das zweite war von den Rebellen. Das dritte war auch wieder vom Imperium. Und jetzt sind wir hier bei Han Solo's. Ach, komm. Nein. Bitte nicht. Bitte keinen verdammten Sprung, an dem ich jetzt die ganze Folge hängen werde. Nein! Bitte nicht! Das kann ich euer Ernst sein. Weißt du? Ich bin so glücklich, dass ich so mega gut ist hier gerade. Wow. Ich hab's geschafft. Holy shit. Holy shit. Gut. Wow. Bam. Bam. Wow. Jetzt hat gerade meine Maus gerade wieder so... Ist das ein Ernst? Oh, nö. Leute, ich sag's euch. Diese Steinmauern, die hasse. Muss ungefähr so. Und, ja, geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wups. Und, wups. So. Zack. Und jetzt. Wow. Alles gut, alles gut. Alles. Was ist das? Mann, der letzte. Oh, Gott. Was heißt der letzte? Der letzte schwierige Sprung. Och, nö. Das ist jetzt sauärgerlich gerade gewesen. Die Sprünge krieg ich ja normalerweise sau leicht hin. Und dann verkacke ich's mir. Auf so eine einfache Art und Weise, ne? So. Jetzt aber. Meine Güte. Pam. Das war jetzt gerade nicht gut. So. Okay. Und jetzt. Nice. Okay, wieder ein Checkpoint. Und gut. Darüber bin ich jetzt erstmal komplett glücklich. Wow. Fast zu weit gesprungen. Und jetzt müssen wir hier ins Wasser springen. Juhu. Und hier nicht über die roten Flecken laufen, ne? Denn, ne? Sonst muss ich da runter. Ja. Ich glaub, da muss ich rein. Hallo. Ich bin ein Millenniumfalke. Ich fühl mich jetzt mega nice. Ist das jetzt so eine Art Labyrinth hier? Okay. Okay. Oh, nice. Wir haben den zweiten Stern. Alter. Das ist echt eine mega nice Map. Richtig, richtig cool. Feier ich auf jeden Fall total. Okay. Hier kommen wir in den Lagerraum anscheinend. Wo komme ich hier hin? Gibt es hier irgendwo dann auch so eine Art Portale. Yo. Wir sind im Cockpit. Und wir sind jetzt. Das ist ein. Fuck, man. Das ist ein Y-Wing. Oder ein. Fuck, man. Ne. Keine Ahnung. Wie heißt dieses Teil? Ich weiß. Ich kenn's natürlich auch. Da klappen die Flügel dann so hoch und so runter. Ja. Ihr wisst, was ich mein, denke ich. So. Aber an den Erbauer der Map. Mega, mega nice auf jeden Fall. Muss man einfach sagen. So. Und jetzt hier ins Wasser. Na. War doch okay. Okay. Hier auch rein. Vielleicht. Nein. Hier ist die Map zu Ende. Verdammt. Nein. Ich. Mir fehlt ein Stern. Vielen Dank fürs Spielen unserer Map. Wenn du ein echter Star Wars Fan bist, hast du bestimmt alles wiedererkannt. Wir haben uns eher auf die alte Trilogie bezogen. Weil wir diese Filme besser finden. Bau seit 14 Stunden von Busche und Lemur. YouTube Tom Film und El Choi. Also könnt ihr ja mal vorbeigucken und einen Gruß da lassen. Ähm. Was ist das hier nochmal, ne? Million. Ja. Irgendeinen Stern habe ich überlassen. Aber naja. Egal. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mehr muss man dazu nicht sagen. Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Bis dann. Ach. Warte. Nein. Nein. Jetzt weiß ich ja hier die Namen. Das erste war Imperium. A.T. 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 Fighter. X-Wing und Mil... Ach. Die meisten wusste ich. Egal. Tschüss Leute. Haut rein. Und bis dann. Bis dann. A.T.